Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klembau Steinbaus. Ich habe mich mal wieder auf den einschlägigen Gebrauchtkaufplattformen herumgetrieben und habe dort dieses Set erstanden und zwar die LEGO City 600002 und das ist so ein amerikanisch angehauchter Feuerwehrtruck. Dieses Set ist aus dem Jahre 2013 und hat damals 20 Euro gekostet. Jetzt bekommt man es für um die 10 bis 15 Euro gebraucht. Je nachdem in welchem Zustand es ist, ob die Originalverpackung dabei ist oder eben nur die Anleitung und so weiter und so fort. Bei diesem Set soll laut Verkäufer alles dabei sein und auch alles in einem Top-Zustand sein. Ich hoffe natürlich, dass sich das auch bestätigt. Und dementsprechend mache ich das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Steine und die Anleitung an. Aber davor können wir uns auch nochmal die Rückseite anschauen. Hier wurden 2013 tatsächlich sogar noch Spielszenen abgebildet und dann steht hier, dass es für ein leichtes Bauerlebnis designt worden ist. Das nimmt LEGO heutzutage ein wenig zu ernst, siehe Farbcodierung und so weiter und so fort. Mal schauen, was das für dieses City-Set heißt. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt erstmal auf. Die Teile finden wir hier einmal in einem Beutelchen vor. Wie gesagt, das Ganze ist gebraucht und wir haben hier die Anleitung. Das Ganze ist auch klammergebunden, hat eine sehr gute Papierqualität, wie wir das gewohnt sind. Die Baustritte sind wirklich sehr groß abgebildet. Es wird nichts ausgegraut, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt, was gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird mit solchen Pfeilen hier symbolisiert. Insgesamt haben wir 54 Bauschritte auf 73 Seiten verteilt. Und hier habe ich nochmal für euch die Teileliste. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und nach 28 Bauschritten und damit dem ersten Bauabschnitt haben wir schon einiges von dem Grundgerüst des Feuer Trucks gebaut. Und leider muss man hier wirklich der Realität ins Auge schauen. Und meine Pflicht, wenn ich eine Review über solche Sets drehe, ist es, die Dinge klar zu benennen. Und genau das tue ich auch. Und an diesem Set sieht man, wie sehr sich Lego in letzter Zeit verschlechtert hat. Und das soll keine Beleidigung an Lego-Fans oder Lego selbst sein, sondern eine Feststellung, die ich sehr, sehr traurig finde. Weil Lego eine Marke ist, die die Kindheit irgendwo geprägt hat und sich in letzter Zeit meiner Meinung nach immer weiter ins Negative verändert. Das kann ich schon allein an der Teilequalität festmachen. Denn diese Teile hier lassen sich besser verbauen, haben ein besseres Baugefühl und sehen besser aus als heutige Neuteile. Und diese Teile sind 10 Jahre alt. Und wenn man so eine Feststellung hat, dann läuft irgendwas falsch, wenn man die Preisgestaltung von Lego in diesem Zeitraum anschaut. Bei den heutigen Lego-Preisen würde Lego für so ein Set, ohne auch nur eine Mine zu verziehen, wahrscheinlich 30 bis 35 Euro dafür nehmen. Und gleichzeitig merkt man, dass die Qualität einfach nachgelassen hat. Natürlich, hier sind auch Sticker dabei, was ja immer so ein Kritikpunkt bei Lego ist. Aber alleine daran, dass man hier sogar noch Sitze dazu hat, dass man hier noch ein Lenkrad hat und dass man hier noch ein bisschen Liebe zumindest verspürt, lässt mich wirklich stützig werden, was in letzter Zeit mit Lego los ist. Auch an diesem Set ist höchstwahrscheinlich nicht alles perfekt. Wir werden noch genauer drüber reden, auch wenn ich das Set dann komplett fertig gebaut habe. Aber das wollte ich schon mal vorher gesagt haben. Ansonsten, wie gesagt, wir haben hier die Basis schon gebaut. Die Sticker sind sehr schief aufgeklebt. Ich habe sie selber nicht aufgeklebt, sondern das hatte schon der Verkäufer vor mir getan. Aber alles, was ihr hier an Details seht, sind Sticker und eben keine Prints. Macht euch da keine falschen Illusionen. Und wie gesagt, schaut euch die Steine an und sagt mir, wo sind hier so auffällige Angusspunkte? Wo sind hier die großen Farbabweichungen, mit denen Lego in letzter Zeit kämpft? Selbst im Weiß haben wir hier keine wirkliche Farbabweichung. Und Weiß ist ja immer so eine Farbe, wo es sehr viele Farbtöne gibt. Und dann weiß ich nicht, wie Lego immer teurer werden kann und sich gleichzeitig in der Qualität so verschlechtert. Und wie gesagt, diese Steine sind schon zehn Jahre alt. Das Ganze ist auch richtig stabil gebaut. Und diese Klappen hier können wir aufmachen. Und das Coole ist, das sind diese Klappen, die hochschnappen und auch wieder zuschnappen. Das fühlt sich richtig gut an, wenn das Ganze auf- und zuschnappt. Ich kann es nicht genau erklären, aber es macht einfach super viel Spaß. Drinnen ist dann auch alles gefließt, damit man hier schöne Sachen verstauen kann. Ich baue den ganzen Follertruck jetzt auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, dass ich weiter so viel Spaß damit habe. Und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und fertig ist damit die Lego 60002 aus der City-Serie, der Follertruck. Und ich spoiler euch jetzt schon mal, zu der Meinung vom Zwischenbauschritt hat sich nichts geändert. Wenn wir uns das Ganze schon mal anschauen, dann haben wir natürlich ein sehr amerikanisch angehauchtes Fahrzeug. Die Scheibenqualität müssen wir nicht drüber reden. Die Scheiben sind gebraucht, aber trotzdem in einem super Zustand. Wie gesagt, neue würden sich heutzutage nicht besser aussehen. Sie sind zwar blau, aber nicht milchig. Man kann perfekt durchschauen. Das ist wirklich wunderbar. So macht das Ganze Freude. Bevor wir uns jetzt den Sinn von den Klappen anschauen, können wir ja nochmal um das Fahrzeug rumschauen, was es hier noch so an Zubehör gibt. Das soll einen Feuerlöscher darstellen. Hier haben wir noch eine Axt dran befestigt. Hier hinten einen Schraubenschlüssel. Gehen wir davon aus, das ist ein Trennschleifer. Hier der Anschluss zum Schlauch. Da haben wir als Zubehör so einen kleinen Hydranten mit flexiblen Schlauch gebaut. Ist eine ganz einfache Geschichte, aber bringt natürlich nochmal ein bisschen Spielwert für die Kids, wenn wir wirklich das Wasser aus einem Hydranten nehmen. Und wenn wir dann einen Einsatz spielen, können wir den eben hier hinten verbinden mit dem flexiblen Schlauch. Und dann kann sich das Löschfahrzeug, das Wasser vom Hydranten, rauspumpen. Dazu haben wir dann hier noch den Löschschlauch. Der ist als Strick gemacht, den man hier rausziehen kann. Da haben wir wirklich einiges an Länge, mit dem wir arbeiten können. Und da reicht auch am Ende die ganze Leiter hinauf. Schön finde ich, dass wir auch dafür eine Z-Clam haben, dass wir das ordentlich in der Halterung verstauen können. Hier haben wir noch ein Walkie-Talkie. Und hier unten die ganzen Anzeigen, ich nehme mal davon aus, von der Wasserpumpe. Das ist aber leider alles als Sticker gelöst. Macht euch da keine Hoffnungen. Alles, was ihr hier als Details seht, sind Sticker. Wir haben viele Transparenz-Sticker dabei, wie zum Beispiel diesen Sticker und den Sticker auf dem Dach. Oben sehen wir auch das große Problem, was man mit Transparenz-Stickern eben hat. Dass man gerade kleine Luftbläschen oder kleine Dreck-Einschlüsse, die sich größtenteils einfach nicht vermeiden lassen, dann sehr offensichtlich sieht. Dann haben wir viel Warnbeleuchtung, eben in diesen Trans-Blue-Teilen hier dargestellt. Genauso wie die ganz normale Beleuchtung, die es bei Fahrzeugen gibt. Die Klappen können wir wie gesagt öffnen. Und dann findet sich hier drin eine gelbe Kiste. Und in dieser gelben Kiste befindet sich nochmal ein Ersatzschraubenschlüssel. Dann die Fraustoff-Atenmaske für die Minifigur, die können wir hier auch aufsetzen. Und den Aufsatz für den Schlauch, damit wir dann wirklich das Wasserspritzen symbolisieren können. Das sind alles schöne Sachen, die nochmal einiges an Spielwert mitbringen und hier schön verstaut werden können. Und als Hauptspiel-Feature dieses Sets haben wir natürlich die Drehleiter. Die können wir wirklich bis 90 Grad nach oben schauen lassen. Die hält auch, die ist nicht stufenlos, sondern hat hier verschiedene Stufen, wo wir sie einstellen. Genauso wie wir sie dann ausziehen können. Das wäre jetzt die maximale Länge, die wir damit erreichen. Und damit lässt sich auf jeden Fall ein Einsatz richtig gut spielen, wo man vielleicht einen Hausbrand oder ähnliches löscht, wo man eben eine Drehleiter benötigt. Was ich noch wichtig zu erwähnen finde, ist, wir können die Drehleiter nicht 360 Grad drehen, sondern die hat jeweils immer einen Anstoß. Ich würde sagen, so um die 200-220 Grad schafft man damit. Wenn man also noch einen Brand hinter dem Fahrzeug hat, muss man wenden, damit man das Ganze erreichen kann. Und dann haben wir natürlich noch den Feuerwehr-Innenraum. Da können wir das Dach abnehmen. Das wird nur über diese vier Noppen gehalten. Und den Innenraum kennt ihr ja soweit schon. Wir haben die zwei Sitze und das Lenkrad. Da hat sich nicht viel verändert. Wir haben aber auf jeden Fall genug Platz, um die Figuren reinzusetzen. Und das sieht dann auch gut aus durch die wirklich großzügigen und offenen Scheiben. Also an dem Löschfahrzeug gefällt mir wirklich alles, außer dass ich die Räder sehr klein finde im Vergleich zum Fahrzeug. Aber hey, wir reden hier über ein City-Set. Da muss nichts irgendwie maßstabsgetreu sein. Denn wichtig ist bei einem City-Set der Spielwert. Und den haben wir hier noch sehr gut dabei. Mit einer tollen Teilequalität und damals mit einem Preis von 20 Euro. Richtig, richtig gut. Heutzutage kostet es ungefähr dasselbe, wenn wir es gebraucht kaufen. Dann kann man sich aber überlegen, will man ein heutiges Lego-Set in dieser Preisklasse, was nicht mehr so viel hermacht, meiner Meinung nach. Oder kauft man sich lieber so ein gebrauchtes hier und hat noch richtig Spaß damit. Geht aber ein gewisses Risiko ein, dass man vielleicht beim Gebrauchtkauf auch mal ein Set mit Fehlteilen hat, die man eben nicht mehr so leicht von Lego nachbestellen kann. Das müsst ihr entscheiden. Ich hatte dieses Mal wieder richtig viel Glück. Alles dabei an Zubehör. Und es hat kein einziges Teil gefehlt. Was aber für den Spielspaß von den Kids noch sehr wichtig ist, sind die Minifiguren. Und die habe ich auch beide hier. Und das sind eben diese zwei Feuerwehrmänner. Ich finde die Prints auf der Brust richtig gelungen. Auch noch mit diesem leicht reflektierenden Druck. Sehr, sehr cool. Die Beine sind ein wenig unsauber bedruckt worden. Aber auch der Rücken ist ordentlich bedruckt. Und ich finde, das sind wirklich tolle Prints. Wir haben einmal den Truppführer. Und eben den Feuerwehrmann, der dann den Löschangriff führen wird. Den können wir auch in volle Montur setzen mit dem Atemgerät, was ihr schon gesehen habt. Der trägt dann auch noch Handschuhe. Und man sieht ihn auch an einer kleinen Pläsur an, dass der wirklich unter Einsatz seines Lebens versucht zu helfen. Also die Figuren gefallen mir wirklich richtig, richtig gut. Und sie passen zu 100% zu so einem amerikanisch angehauchten Feuerwehrset. Der Feuerlöscher hier hinten gehört noch dazu. Den können wir auch noch jemandem in die Hand drücken. Dieses transparente Teil und die Plate, auf dem die beiden stehen, gehört nicht zum Set. Der Bau dauert um die 30 bis 45 Minuten. Je nachdem, ob man jetzt wirklich entspannt baut. Da sind wir bei den 30 Minuten und wenn man sich wirklich Zeit lässt, bei 45 Minuten. Wenn man das jetzt alles durchkloppt und schnell sein will, ist man vielleicht bei 20 Minuten. Aber ganz ehrlich, Lego sollte Spaß machen und nicht zur Hetzerei dienen. Und dann habt ihr diesen Anblick hier und seht hier wirklich eine Menge Spielspaß. Und ein Set, was meiner Meinung nach aus einer viel besseren Lego City Zeit stammt. Und dementsprechend, wenn ihr dieses Set mal für einen guten Preis erwischt, dann schlagt der gerne zu. Da werdet ihr eine Menge Spaß haben. Und deshalb gibt es hier auch auf jeden Fall die Kaufempfehlung dafür. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.